Es gibt unzählige Betriebssysteme aktuell auf dem Markt. Alle Betriebssysteme haben quasi ihre Daseinsberechtigung und jeder wirbt quasi um seine Gunst und fordert den Nutzer auf, bitte dieses eine Betriebssystem zu verwenden, denn dieses Betriebssystem, wir das eine Betriebssystem, ist das Beste, das einzig Wahre, was du haben möchtest. Und dabei legen die Entwickler verschiedener Betriebssysteme eben auch unterschiedlich Wert auf bestimmte Sachen. Die einen legen einen sehr hohen Wert auf, zum Beispiel das Optische, das Aussehen, und andere eher auf Funktionalität. Soll es eher schnell sein, soll es zum Gaming sein, soll es schön aussehen? Dann gibt es Entwickler, die haben unzählige auch eigene Software auf ihren Betriebssystemen vorinstalliert oder eben sogar, ähnlich wie bei Elementary OS, eben auch eine eigene Desktop-Oberfläche. Das Betriebssystem, welches ich heute vorstellen möchte, fährt einen ganz anderen Weg. Der Entwickler möchte nicht dazu forcieren, sein Betriebssystem zu nutzen, weil es das Beste, Größte und Tollste und Schönste ist, sondern ganz im Gegenteil. Am Ende möchte der Entwickler einfach nur, dass du ein Arsch nutzt. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen, sonnigen Sonntagnachtmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute schauen wir uns ein Betriebssystem an von diesem Herren, dessen YouTube-Kanal ich hier schon mal aufgemacht habe. Die Rede ist von Eric Dubois. Eric Dubois kommt aus Belgien, aus dem schönen Belgien. Und er hat über die Jahre ein Betriebssystem entwickelt, das sich Arco Linux nennt. Arco Linux ist ein ganz normales Arsch mit allerlei zusätzlicher Software, zum einen auch eigens geschriebener Software und gibt es in unterschiedlichen Variationen. Angefangen hat Eric Dubois das Arco Linux Projekt unter dem Namen Arsch Merch. So hat das Ganze angefangen und jetzt heißt es eben Arco Linux. Doch was macht Arco Linux denn so besonders und wirklich anders als herkömmliche Betriebssysteme? Nun ist es so, normal ist es so, ein Entwickler entwirft ein Betriebssystem oder port es aus einem anderen und passt das entsprechend an und setzt eine Webseite auf und sagt, hier, das ist das Betriebssystem, das kann das Betriebssystem, das sind alles Sachen, die eingebaut sind. Bitte hier einmal herunterladen und dann war es das quasi. Und das ist bei Arco Linux absolut nicht der Fall. Denn Arco Linux ist in seinem ursprünglichen Gedanken gar nicht dafür gedacht, einfach heruntergeladen und genutzt zu werden, sondern es soll den eigenen Blick auf die Welt etwas schärfen. Hier wird Eric Dubois meines Erachtens in der Linux-Welt oftmals ein bisschen missverstanden. Was viele Linux-Enthusiasten etwas kritisieren, ist, dass alles so irgendwie ein bisschen chaotisch wirkt. Hier auf dieser Seite arco.linux.com wird das ganze Ausmaß des Chaoses ein kleines bisschen sichtbar, denn auch meines Erachtens fehlt so ein bisschen die Struktur in dem Ganzen. Denn Arco Linux möchte eine Lernplattform sein, eine Arco Linux University sozusagen. Und hier geht es dann quasi auch los mit dem Learning Path. Hier wird gleich im ersten Satz angegeben, welche ISO du dir runterladen sollst, um hier mit Arco Linux anzufangen, nämlich die Arco Linux L. Die sollst du in einer virtuellen Maschine oder eben auch auf einer SSD-Festplatte, also auf bare metal installieren und nutzen. So, das wäre dann der Lernpart Nummer 1. So, hier bei Start hier kann man dann entsprechend sich durchlesen, was ist BIOS, was ist UEFI, was muss ich beachten vor der Installation, wie funktioniert die Installation, was muss ich machen nach der Installation und so weiter und so fort. Und hier sind dann auch die Lernpfade entsprechend alle aufgelistet. Und immer wieder dazu verweist er dann auch auf seinen YouTube-Kanal, den ich ja hier eben schon offen hatte, denn hier werden auch sämtliche Lernpfade nochmal beschrieben. Der YouTube-Kanal wirkt ein bisschen durcheinander, weil es so ein bisschen strukturlos wirkt. Das liegt aber eher daran, dass Eric Dubois die Videos nicht anhand des Video-Algorithmuses rausbringt oder weil eben das so wichtig ist, dass er irgendwie regelmäßig ein Video dort rausbringt, sondern die Videos sind entsprechend die Pfadvideos, die nachher in seine Learning-Phases entsprechend eingebunden werden. Und immer wieder, wenn er ein neues Produkt oder eine neue Aktualisierung in seinen Blog, in seinem Arco-Linux-Blog rausbringt, macht er dazu auch ein Video, um das seine Änderungen oder Neuerungen entsprechend auch im Video zu zeigen. Und deswegen ist das für viele manchmal verwirrend, dass einerseits hier ein Rebuild zeigt und dann auf einmal irgendwas mit einem Skript, mit Endeavor-OS, ja, das hängt alles nicht miteinander zusammen, sondern das geht einfach um den Blog. So, in den Lernphasen, in der ersten Phase, wird man gebeten, Arco-Linux L herunterzuladen, dann ohne irgendetwas auszuwählen, einfach den Kalamares so durchzuzappen, Benutzernamen anzulegen und sich dann erstmal, ja, einzuloggen und, ja, Enjoy XFCE4, den XFCE4-Desktop zu begutachten, die tollen Anwendungen entsprechend mal zu testen und sich dann entsprechend damit vertraut zu machen, wie kann ich das System updaten, wie kann ich Software installieren, entfernen und vor allem, er weist auch immer wieder darauf hin, die Keyword-Shortcuts, also die Tastaturkürze, entsprechend auch zu lernen und sich auch mit Aliases vertraut zu machen, die Aliases in der Bash-RC-Datei. Dann bittet er darum, dass du dich mit Scale auseinandersetzt, um zu erfahren, was Scale genau ist und du sollst dich ebenfalls mit dem Terminal etwas vertraut machen und das wäre dann die erste Phase und so zieht sich das Ganze dann entsprechend durch. Ich werde jetzt nicht die ganzen Phasen komplett durchgehen, es wird aber nachher so sein, dass du dich quasi immer weiter innerhalb dieser Phasen dann entsprechend steigerst, bis dahin, dass du Arch Linux nachher The Arch Way installieren sollst, so wie man Arch eben installiert, wie in meinem Livestream und quasi ohne Calamares das Ganze installieren, so dass du ein sauberes Arch Linux nachher installiert hast. Das ist die siebte Phase und in der achten Phase sollst du dann dein Arch Linux, was du selber installiert hast und selber konfiguriert hast, dann entsprechend mit Carly, also dem Customized Arch Linux ISO, entsprechend eine persönliche ISO erstellen, mit allem drum und dran, mit den dazugehörigen Repositories, mit Calamares und so weiter und dabei lernst du auch den Arch Linux Calamares Installer noch mal mehr kennen. Also das ist so erstmal ganz grob das große Ziel. Du fängst quasi klein an und arbeitest dich Schritt für Schritt zu einem Arch Profi voran. Wir werden natürlich in diesem Video hier nicht die ganzen Phasen jetzt einzeln durchgehen, sondern ich werde jetzt einfach mal das XL, das Arco Linux L ISO mal herunterladen, quasi die erste ISO, die er empfiehlt. Die werden wir gleich mal installieren und dann gucken wir mal, wie Arch Linux aussieht und dann werde ich auch die Arch Linux B ISO noch mal einlegen und dann gucken wir uns zumindest noch mal den Calamares Installer an, wie der sich nachher unterscheidet. Hier auf diesem Bildschirm siehst du jetzt noch einmal einen groben Überblick, wie die einzelnen Arch Linux ISOs entsprechend aufgebaut sind. Ganz links beschreibt im Prinzip das Arch Linux Projekt als solches. Ja, du sollst die verschiedenen Desktop Umgebungen und Fenstermanager eben kennenlernen und den Umgang damit. Die Arch Linux L ISO ist eben extra large. Hier ist alles vorinstalliert im Prinzip. Sämtliche Software ist schon vorinstalliert mit dem Tweak Tool und XFCE4. Die Arch Linux S ist quasi ähnlich wie die L nur mit weniger Software. Das heißt, hier ist im Prinzip gar keine Software vorinstalliert, außer die Standard Arch Linux Software und ein paar Einstellungssachen. Und dann kannst du sowas wie Browser, Editoren und so weiter, kannst du dann alles im Calamares Installer entsprechend auswählen, was du extra haben möchtest. Die Arch Linux D kommt im Prinzip nur mit einer Konsole daher. Und hier kannst du dann alles aus der Konsole heraus manuell installieren. und die Arch Linux B, das ist quasi so eine Minimal-ISO. Das ist die, die ich dann empfehle oder die ich dann immer nehme, wenn ich mein System neu aufsetze. Da ist dann nur eine minimale Softwareansammlung drauf. Und von der Arch Linux B gibt es halt auch zig verschiedene ISOs, denn jede Arch Linux B ISO kommt mit seinem eigenen Entschwader Desktop oder Fenstermanager. Das zeige ich aber gleich. Und dann sind hier auch ein paar neue Sachen in der Pipeline. Das wiederum ist auf einer ganz anderen Domain hier zu sehen. Arch Linux.info ist das hier. Also hier ist Arch Linux S. LTS kommt jetzt demnächst auch raus. Und Arch Linux S nochmal. Was das genau ist, wird Eric Dubois wahrscheinlich auf seinem YouTube-Kanal dann auch nochmal genauer beschreiben. Gut, dann würde ich sagen, jetzt wenden wir uns mal der virtuellen Maschine zu. Ich habe jetzt hier für die Arch Linux L ISO mal eine virtuelle Maschine erstellt und würde sagen, Installation beginnen. Hier gleich beim Linux Loader, gleich zu Beginn, kann man entsprechend auswählen, ob du ausschließlich Open Source Treiber nutzen möchtest oder die Open Source Treiber ohne NVIDIA quasi, also ohne die Nouveau Treiber oder ob du auch den properitären NVIDIA Treiber mit dabei haben möchtest. Ich nehme jetzt ganz normal Open Source. So, dann sind wir jetzt in der ISO drauf, in der Live-Umgebung und als allererstes möchte ich mal die Bildschirmauflösung etwas anpassen. Das wäre jetzt im Prinzip das Arch Linux mit XFCE4. Ein sehr schönes Symbolset, ein sehr schönes Design, hier auch mit einer leichten Transparenz. Wirklich nett gemacht. Und bei jedem Start von Arch Linux kommt dann die sogenannte Welcome-App. Die ist ziemlich cool, weil man damit dann so die ersten Schritte mal ganz schnell per Klick selber machen kann. So, dann geht man hier als erstes auf Update Arch Linux Mirrors, so dass man dann erst mal die aktuellsten Mirrors dann da hat. Dann steht hier oben Done. Und ja, wir gehen jetzt hier noch nicht allzu viel durch, sondern wir gehen einfach auf Easy Installation, weil das ist ja das, was er auch haben möchte. Gehe ich mal auf Easy Installation. Und dann öffnet sich der Arch Linux Installer, im Prinzip der Calamares Installer. So, dann können wir hier die Sprache einstellen. Einmal auf Deutsch, dann weiter. Berlin ist korrekt. Die Tastatur lassen wir so, wie sie ist. Und hier kommen wir dann zur Festplatte. Ich habe hier eine EFI-Installation, wie man sieht. Und hier kann ich auswählen, wie ich die Festplatte formatieren möchte mit EXT4, ButterFS und so weiter. Und ich lasse jetzt einfach mal EXT4. Das ist für mich in Ordnung. Und gehe auf Weiter. Dann werde ich hier schon nach meinem Namen gefragt. Der Benutzername. Da mache ich AKL. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Und das gleiche Passwort soll auch für das Administrator-Konto sein. Einmal weiter. Und hier nochmal die Zusammenfassung. Und weiter. Und hier werde ich nochmal gewarnt, dass jetzt alles gelöscht und formatiert wird. Ich sage jetzt installieren. Und dann warten wir einfach mal ab, bis die Installation durch ist. Und wenn die Installation durch ist, dann einmal den Rechner neu starten. So, dann kommen wir hier mit in diesen schönen Grub-Bootloader, in diesen schön gestalteten Grub-Bootloader und dort einfach einmal Enter. Und dann befinden wir uns hier im SDDM, im Anmelde-Bildschirm und können dann hier jetzt das Passwort eintippen und einmal uns einloggen. So, und wenn wir eingeloggt sind, dann startet wieder hier die ARCO Linux Welcome App. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, unser System mal ein bisschen zu begutachten. So, als allererstes Update Arch Linux Miros. Hier wird nichts weiter gemacht, als wirklich nur sudo pacman sy durchzuführen, also ohne die Updates durchzuführen. Dann können wir hier im Prinzip auf Quit. Hier auf Quit. Und dann schauen wir uns mal dann den schönen Desktop an. Das ist im Prinzip ganz regulär. XFCE 4. Mit Rechtsklick haben wir dann halt Zugriff auf, ja, diverse Optionen, unter anderem auch eben auf alle Anwendungen, was ich sehr, sehr schön finde, da man hier auch von hier aus auch das Terminal öffnen kann. So, und hier fange ich heute mal ein bisschen an mit dem Terminal. So, wir haben hier als Standard-Terminal ist URXVT, so heißt dieses Terminal. Das ist völlig in Ordnung. Und laut Shell benutzen wir hier Bash 5.1. Und als allererstes möchte ich mir mal die Bash-RC-Datei anschauen. So, denn hier in dieser Bash-RC, da kann man eine ganze Menge tolle Sachen herausfinden, wie Eric Dubois im Prinzip diese Einstellung der Shell schon für uns vorgenommen hat. So, der Standard-Editor ist eben Nano und nicht WIM. Und wenn man das ändern will, dann kann man das Ganze hier einfach entsprechend ändern. Da gebe ich jetzt hier einfach mal WIM ein. Und dann ist mein Standard-Editor eben WIM. Bei Visual kann ich auch noch WIM eintragen, aber ich lasse das jetzt einfach mal. Ich wollte es nur mal so zeigen. Ja, und hier kommen wir auch schon zu der allerersten großen Aufgabe, die uns Eric Dubois auf der Webseite auch gestellt hat, nämlich die Aliases mal kennenzulernen. Denn, so wie man hier sieht, hat Eric hier eine ganze Reihe von Aliases schon bereits vorkonfiguriert, wie zum Beispiel den LS-Alias für das Auflisten von Inhalten im Terminal und eben auch bestimmte Sachen, was Updates betreffen. Das sind quasi Korrekturen, wenn man sich verschreibt. Also anstatt zum Beispiel Update, dass man einfach D und P hier vertauscht und das dann eingibt, dann funktioniert das eben trotzdem mit dem Update. Ja, UpAll oder UpAll und so weiter wird dann ein Update mit Paru durchgeführt. Das bedeutet, es werden sowohl alle Arch-Listen als auch dann das Arch-User-Repository mit geupdatet. Ja, und dann kann man mal komplett die Liste durchgehen, von sich aus, was denn die ganzen Aliases denn so machen. Unter anderem gibt es hier einen Alias namens Skell und das führt uns jetzt schon zur nächsten großen Aufgabe, die uns Eric schon in seiner Phase 1 gestellt hat, nämlich was ist Skell, Skell kennenlernen und ja, Skell auch nutzenlernen. Und zwar gibt es unter etc und Skell gibt es einen Ordner, der aktuell leer ist. Es ist so, wenn neue Updates kommen, zum Beispiel neue Design-Updates auch, die mit dem Arch-Linux-Betriebssystem ja dann kommen und auf die neuen ISOs auch drauf kommen, dann werden diese Konfigurationen nicht einfach so in dein Home-Verzeichnis reingeschrieben, denn das Home-Verzeichnis ist einfach tabu für den Entwickler. Das wissen die Entwickler auch und das ist auch so gewollt. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass der Nutzer oder auch der Entwickler selber sagt, hey, ich möchte jetzt meine neueste Entwicklung einfach in meine persönlichen... Jetzt kann es dann aber sein, dass nach einem Update dann der Nutzer dann sagt, hey, ich möchte auch die neuesten Konfigurations-Updates, die der Entwickler getan hat, möchte ich ebenfalls jetzt in mein Home-Verzeichnis verschieben. Also das heißt, bei der Installation werden dann diese Konfigurationsdateien alle hier im Scale-Ordner angezeigt und mit Scale, mit dem Befehl Scale wird dann dieser Befehl ausgeführt. Das sieht jetzt ein bisschen sehr trocken und lang aus, aber er macht dann nichts weiter, als den aktuellen .config-Ordner in meinem Home-Verzeichnis entsprechend als Backup zu kopieren und zu verschieben. Dann wird einfach ein neuer .config-Ordner erstellt und damit der ganze Inhalt aus dem Scale-Ordner einfach in diesen neuen .config-Ordner hereinkopiert. Für den Fall, dass die neuen Konfigurationen, die mit dem neuen Update daherkommen, dann einem doch nicht so passen oder einem vielleicht ein paar Sachen zerschossen haben, kann man das Ganze dann einfach wieder rückgängig machen, indem man den .config-Ordner einfach wieder löscht selber und den, ja, Config-Backup-Ordner entsprechend einfach umbenennt in .config und dann ist wieder alles so, wie es vorher war. Man kann auch das aktuelle Scale ganz einfach backuppen. Wenn man jetzt sagt, oh, ich habe das zwar jetzt getestet, möchte trotzdem meine alte Konfiguration beibehalten, aber ich finde die Scale-Konfiguration gar nicht so schlecht, dann kann ich diese aktuelle Scale-Konfiguration einfach mit diesem Befehl updaten. Dann wird ein .scale-Backup erstellt und zwar im eigenen Home-Verzeichnis mit Datum und so weiter und dann kann man ein neues Update durchführen und dann wird das .etc-Scale-Verzeichnis entsprechend neu beschrieben. Mit .cb, .cz, .cf kann man dann entsprechend die Bash-RCs und so weiter auch aus dem Scale-Verzeichnis in das eigene Home-Verzeichnis reinkopieren, denn auch die Bash-RC beziehungsweise ZSH-RC und so weiter und auch die Fish-Config werden auch immer mal wieder mit Updates aktualisiert. Dann gibt es halt neue Befehle, neue Funktionen und so weiter, die in dieser Bash-RC drin sind und das kann man dann auch ganz einfach rüber kopieren, wenn man jetzt nicht den gesamten Scale-Ordner in sein Konfigurations-Verzeichnis kopieren möchte. Dann gibt man einfach ein cb für Copy Bash im Prinzip und dann wird die Bash-RC-Datei vom Scale-Verzeichnis in das eigene Home-Verzeichnis kopiert. Auch hier muss man dann allerdings vorher sagen, bitte dann das Backup der bisherigen Bash-RC-Datei selber durchführen vorher, weil ansonsten die aktuelle Bash-RC-Datei einfach überschrieben wird. Gut, ja, und so funktioniert das Ganze dann. Hier kann man dann auch von Lite-DM auf SD-DM umwechseln oder umgekehrt von SD-DM wieder zurück auf Lite-DM und so weiter. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Bash-RC-Datei wirklich mal reinzuziehen und mal anzugucken. Das ist wirklich extrem interessant, was da jetzt alles schon quasi gemacht wird. Und diese Bash-RC-Dateien sind dann universell, egal welche Desktop-Umgebung du nachher nutzt und welche nicht oder Fenstermanager, diese Bash-RC-Dateien sind quasi dann immer das Gleiche. Und hier ist dann auch NeoFetch. Hatten wir ja gesehen, wenn ich die Shell starte, dann wird NeoFetch gleich als Erster angezeigt. Ja, dann schauen wir doch mal, was alles schon vorinstalliert ist. So, es gibt hier einmal die Büroanwendungen. Da haben wir allerdings nur einen Dokumentenbetrachter und ein Wörterbuch. Die LibreOffice-Bibliothek fehlt quasi komplett. Ich schaue mal, ob ich das Ganze ein bisschen größer machen kann. Sehr gut. So, dann gibt es, ja, die Einstellungen. So, dann gibt es den Akku Linux Better Lockscreen, BLS. Und zwar muss ich hier mir, oder kann ich mir hier einen schönen Bildschirmhintergrund für den Sperrbildschirm aussuchen. Und was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal, ach, die Qual der Wahl. Ja, das sticht so ins Auge, dieses Weltraum. So, dann sage ich jetzt Apply Image. Jetzt steht hier, das Lockscreen Image wird jetzt erstellt. Bitte warte auf die Benachrichtigung oben. Das ist leider alles auf Englisch, weil das nicht mit übersetzt wurde. Das gehört nicht mehr zum Betriebssystem quasi. So, jetzt ist das Ganze geändert worden. Und wenn ich jetzt hier unten auf den Schlüssel gehe, Bildschirm sperren, dann sehe ich hier nochmal so. Und dann sehe ich hier ganz rechts Lock einmal drauf. Und das ist dann quasi der Sperrbildschirm. Und hier kann ich jetzt einfach type Passwort to Unlock, Enter, und dann bin ich wieder drin. Und auf diese Art und Weise kann ich dann, zum Beispiel hier, nehmen wir mal dieses Bild, entsprechend setzen, als Sperrbildschirm, und dann einfach auf Lock gehen. Ja, und dann habe ich dies als Sperrbildschirm. Sehr, sehr schön. Und auf diese Art und Weise kann ich viele tolle Sachen kennenlernen. Unter anderem eben auch dieses Menü hier, was wir jetzt gerade schon gesehen haben, wenn ich auf, ja, herunterfahren oder auf Sperren drücke, wird mir dann das Ganze hier angezeigt. Und hier kann ich dann entsprechend entweder mit dieser Buchstabenkombination oder eben durch draufklicken, entsprechend diese Aktion ausführen, also abmelden, ausloggen und so weiter. Diese Kürze nachher zu lernen, hat nachher den Vorteil, wenn man einen Fenstermanager benutzt, wenn ich zum Beispiel bei meinem Betriebssystem, ich selber nutze ja auch Arco Linux, ich habe hier nirgendwo einen Logout-Button. Das heißt, ich muss, wenn ich mich ausloggen möchte oder abmelden oder runterfahren muss, muss ich eine Tastenkombination drücken, nämlich Windows und X, also Super X-Taste, Super X und dann komme ich auch auf diesen Sperrbildschirm und dann drücke ich, dann könnte ich mit der Maus draufklicken, aber ich habe mir dann im Prinzip schon mit meiner Buchstabenkombination, weiß ich im Prinzip, wenn ich den Rechner herunterfahren möchte, dann mache ich einfach Super X S und dann ist fertig. Also Super X und dann den Buchstaben S gleich hinterher und dann fährt er runter. Ja, das geht mittlerweile super toll von der Hand oder wenn ich mich einfach nur ausloggen möchte, weil ich den Benutzer-Account hier ändern möchte, weil ich habe ja noch einen persönlichen Account, dann mache ich einfach Windows X und L. Das geht mittlerweile vor einer Hand, da brauche ich auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja, und hier oben kann ich dann das Aussehen entsprechend anpassen. Hier gibt es noch diverse Themes, die man dann entsprechend nutzen kann. Save Setting, Escape und Lock und dann habe ich das Ganze jetzt ein bisschen optisch angepasst. Gut, so, dann machen wir mal weiter. Was haben wir hier sonst noch Schönes? Dann gibt es noch Conky, es gibt den Conky Zen, also es gibt diverse vorkonkurierte, äh, vorkonkurierte, Conkys und die kann ich dann entsprechend mir hier anzeigen lassen. Das ist nachher besonders wichtig, wenn man Window Manager hat, wenn man Fenstermanager installiert hat, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn dann ein Conky entsprechend schon zu sehen ist mit den ersten, ja, Befehlen hier quasi. Und hier sieht man das Ganze ja auch, ne, Super und X, das ist dann Exit, das ist ja das, was ich schon sagte, wenn ich das jetzt hier quasi klicke. Ja, das funktioniert hier auch schon mal. Ja, dann komme ich hier in diesen Sperrbildschirm. Ja, dann das Terminal ist Super T, komme ich hier in das Terminal rein oder Super F ist der File Manager. Ich habe ein bisschen andere Tastenkombinationen selber jetzt privat, macht aber überhaupt keinen Unterschied. Und hier diese zu lernen ist schon deutlich wichtig, auch wenn man eine Desktop-Umgebung hat, weil man merkt nachher ganz schnell, wie effektiv man auch arbeitet. Wenn man nicht zu viel klickt, sondern viel auch mit Tastenkombinationen einfach arbeitet. Hier steht zum Beispiel bei Super W jetzt der Browser, der sich dann jetzt öffnet. Das wäre hier der Firefox. Bei mir ist es die Super F1-Taste, die ich für das Öffnen des Browsers benutze. Alt F3 gibt diesen Anwendungsfinder. Den habt ihr bei mir auch schon gesehen. Bei mir ist der allerdings dann halt so groß. Wenn ich mal eine Anwendung geöffnet habe, ich kann das ja mal ganz kurz bei mir zeigen, wenn ich jetzt hier in, das ist jetzt quasi mein Rechner und wenn ich jetzt hier Alt F3 drücke, dann kommt hier ebenfalls dieser große, dieser Anwendungsfinder. Und ich finde den sogar viel, viel schöner als zum Beispiel D-Menu oder Rofi. Dann machen wir mal weiter. Was haben wir sonst noch? Es gibt den Arco Linux Desktop Trasher. Der ist ziemlich interessant. Das ist ein ziemlich neues Tool. Wenn du, sage ich mal, mehrere Desktops installiert hast und dann so ein bisschen ausprobiert hast und so weiter und du sagst, ah, ich will jetzt über Gnome zum Beispiel nicht mehr haben, das nutze ich sowieso nicht mehr, kannst du hier dein installiertes Betriebssystem entsprechend auswählen und dann gehst du einfach auf Trash the Desktop und dann wird dieser wirklich vollständig vom System entfernt, inklusive aller Konfigurationen und auch der sogenannten X-Session. Das gleiche kannst du dann auch mit Fenstermanagern machen, wenn du sie installiert hast. Die sind während dann hier. Und das ist natürlich mit sehr viel Vorsicht zu genießen, denn das ist eine Aktion ohne Wiederkehr. So, ich glaube, das größte und wichtigste Programm von Arco Linux ist das Arco Linux Tweak Tool. Ich gucke mal, ob ich Konki wegkriege. Jawohl. Auch hier mit Windows C kann ich das Konki wegmachen. Ich sage immer Windows C. Es ist halt die Windows-Taste oder die Super-Taste. Ja, mit Super C ist dann Konki. An- und Abschalten. So, okay. So, das ist das Arco Linux Tweak Tool. Und das ist schon richtig, richtig cool. Das ist unglaublich toll gemacht, denn hier, von hier aus, kann ich zum Beispiel direkt einen neuen Desktop gleich nachinstallieren. Ich kann zum Beispiel Plasma installieren, wenn ich das möchte. Ich kann Ukui installieren. Das ist im Prinzip von Ubuntu Kailin, ist das, glaube ich, der Kaili Desktop. Ja, Ubuntu Kaili User Interface ist das. Das ist sowas ähnliches wie DeepIn. Dann kann ich Xmonet als Tiling Window Manager installieren oder, oder, oder. Ich kann im Prinzip alles installieren. Budget Desktop. Und das ist alles schon vorkonfiguriert mit, in diesem Arco Linux Stil halt auch. Sieht man hier auch schon ein bisschen auf dem Screenshot. Ich weiß nicht, ob man das von hier aus ein bisschen sehen kann. Und, ja, und so kannst du dir nach und nach einfach die Sachen installieren. Und wenn du zu viel installiert hast oder du irgendwie in Konflikte gerätst, dann öffnest du einfach den, äh, den Arco Linux Desktop Thresher und kannst das Ganze wieder löschen, was du installiert hast. Und das macht dieses Arco Linux Tweak Tool extrem kraftvoll. Des Weiteren haben wir ja zu Beginn schon gesehen, ein wunderschönes Grub Menü. Und hier kannst du dann entsprechend Grub auch optisch nochmal ein bisschen anpassen. Da gibt, kannst du hier ein anderes Wallpaper für Grub vergeben. Da gibt es ja aktuell dieses ist jetzt aktuell und da kann ich auch dieses nehmen oder jenes, wie ich das denn möchte. Ist also ganz, ganz einfach. So, hier gibt es dann noch einige Fixes, wenn es mal zu Problemen mit den Pac-Man Keys kommt und so weiter beim Updaten oder ähnliches. Dann, weil du zu viel ausprobiert hast oder lange nicht mehr geupdatet hast, einfach hier Fix Keys und das Problem löst sich von selbst. Genauso wie es mit den Konfigurationsdateien geht, den PGB-Key-Servern oder auch SDDM. Kannst du hier einfach mit Reset-SDDM, wenn du dich zu dolle verkonfiguriert hast, kannst du das ganz einfach wieder zurücksetzen. So, Lite-DM kannst du hierüber direkt mal ganz schnell installieren, wenn du das möchtest. So, hier gibt es dann die Mirror-Listen. Hier gibt es eine von Speedhost, die ist abgeschalten. Da empfiehlt Eric, die auch nicht zu aktivieren. da Eric für die Bandbreite bei Speedhost bezahlen muss und deswegen hier am besten die anderen Mirror-Listen nehmen. Unter anderem ist auch Codeberg aus Deutschland mit dabei. Allerdings hat Codeberg schon angekündigt, einige ARCO-Linux-Repositoris rauszunehmen aus seinen Codeberg-Repo-Listen, da diese Repos einfach viel zu groß mittlerweile geworden sind. Also auch für den gemeinnützigen Verein Codeberg. Ich meine, die haben ja auch Server, die gewartet werden müssen und ja, aber ich glaube, wenn man alles über GitLab zieht, dann ist das auch völlig in Ordnung und auch schnell. So, hier kann man Neo-Fetch dann auch konfigurieren, wie einem das gerade passt und lieb ist. Man kann auch die LoL-Cat aktivieren. Apply. LoL-Cat ist im Prinzip das hier, diese bunten Farben. Ja, dann hat man ein schönes, buntes Terminal. Ja, und man kann es auch wieder ganz einfach applyen. Und falls man sich hier irgendwie völlig fair konfiguriert hat und dann irgendwie nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann einfach auf Reset drücken und dann wird alles wieder wie in den Ursprungszustand gesetzt. Und das ist halt auch das Schöne hier bei ARCO-Linux. Man kann sich mal wirklich ordentlich austoben und man kriegt es irgendwie immer wieder überall zurückgesetzt. Das ist doch toll, oder? So, hier sind die Pac-Man-Repos mit drin. Dann kann man auch die Test-Repos gleich noch mit aktualisieren. Dann gibt es dann noch die Community und die Multi-Lib-Test-Repos von ARCH selber. Und hier unten dann noch die Chaotic- und Nemesis-Repositoris. Nemesis ist schon automatisch aktiviert, weil da sind die, da ist ein spezielles Icon-Set noch mit drin von Eric selber vorgeschrieben. Und das Chaotix AUR, das ist das, was man auch von den Machern von Garud-Linux kennt. Da sind schon einige vorkompilierte Sachen drin, die man sonst nur eben aus dem ARCH-User-Repository kriegt. Und man weiß ja, die AUR-Sachen, das dauert immer manchmal eine Weile, je nachdem, wie groß die Programme sind, bis die ja installiert sind oder kompiliert sind. Und viele Sachen sind dann im Chaotix-Repository schon vorkompiliert und dann kann man diese ganz normal mit Pac-Man auch installieren, braucht sie nicht mehr aus dem ARCH-User-Repository holen und die sind auch recht aktuell. Kann man auf jeden Fall aktivieren und aktualisieren. Hier gibt es dann noch mal die Firefox-Erweiterung für U-Block Origin kann man hier aktivieren und eben auch H-Block. Dann kann man hier SDDM konfigurieren inklusive der Themes, die man dann noch machen kann. Man kann auch, falls man sich wieder verkonfiguriert haben, entsprechend die fehlenden SDDM-Themes von ARCH-User-Linux wieder nachinstallieren oder das Ganze einfach hier resetten. So, dann gibt es noch diverse Terminals, die man nutzen kann. Unter anderem XFCE Terminal ist ja, das hatte ich jetzt schon hier, XFCE 4 Terminal. So, das Standard Terminal wäre dann, wenn ich die Super und T Taste drücke, dann ist das Standard Terminal U-R-XV-T. Also hier sind auch mehrere Terminals dann drauf und ja, man kann auch noch Alacrity installieren oder Termite und dann die dazugehörigen Themes dann einfach entsprechend auswählen. Also hier gibt es wirklich unzählige Themes, die man dann wirklich nutzen kann und alles ausprobieren kann. Also man kann hier Wochen, Jahre verbringen, um das alles mal richtig ordentlich durchzugehen. Zum Thema Terminal Fun haben wir ja Neo-Fetch schon voraktiviert. Man kann aber auch statt Neo-Fetch zum Beispiel einfach nur S-Fetch nehmen. Wenn ein Neo-Fetch jetzt nicht so zusagt, ja dann einfach hier, das wäre jetzt S-Fetch, das ist einfach auch so eine kurze Information. So, dann gibt es hier noch U-Fetch-Arco, was haben wir hier? Ja, das sieht dann so aus, das ist wirklich so ein Mini-Neo-Fetch, also wirklich sehr, sehr, sehr toll und ja, da kann man dann ganz einfach das aktivieren, was man gerne hätte. So, ich lasse jetzt hier Neo-Fetch wieder aktiv und dann kommen wir noch zu diversen Themes. Der Theme-Switcher funktioniert nur für I3, Awesome Window Manager und Q-Tile und je nachdem, was ich dann für ein Theme haben möchte, kann ich das Ganze dann, oder je nachdem, was ich installiert habe, kann ich dann verschiedene Themes dann einfach auswählen. Und hier steht dann auch, mit Super, Shift und R kann man dann entsprechend die komplette Konfiguration neu laden. So, hier kann ich einen neuen Nutzer anlegen, wenn ich das möchte und hier kann ich dann entsprechend die ZSH-Themes dann auch zum Beispiel nutzen, wenn ich ZSH nutze. Und aktuell nutzen wir ja Bash und wenn ich aber Bash nicht nutzen möchte, sondern tatsächlich ZSH nutzen möchte, hier haben wir ja Bash, dann kann ich auch einfach sagen to ZSH. Das ist nämlich ein Alias, der in der Bash-RC mit drin ist und dann drücke ich einfach Enter, gebe mein Passwort ein und dann muss ich mich einmal ausloggen. Das machen wir jetzt mal. Einmal Logout. Das reicht, man muss den Rechner nicht neu starten, das reicht wirklich nur Logout und Login, weil dann der Grafik-Server neu gestartet wird. So, das kann ich hier den Autostart ausmachen. So, und wenn ich jetzt das Terminal öffne, dann habe ich hier ZSH. Und jetzt seht wir auch hier, habe ich jetzt ein ganz anderes Theme. Das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. Das ist jetzt ein schöneres Theme. Und wie du sicherlich gesehen hast, wenn ich hier mal ein Terminal öffne, ich gehe jetzt hier mal auf Seite 4 und öffne hier mal ein Terminal. Ja, auch ich nutze hier ZSH. Hier oben haben wir es. Ja, und habe dann hier eben mein eigenes Theme. Und wenn dir dieses Theme gefällt oder wenn du dieses Theme ändern möchtest, dann öffnest du einfach den Editor deines Vertrauens. Ich nutze jetzt einfach mal aus Spaß Nano und dann auf Punkt ZSHRC. Das ist dann die ZSHRC-Datei, die zu öffnen ist. Und dann hast du hier dein ZSH Theme. Das ist jetzt hier auf Random umgestellt und direkt auf der ZSH-Seite oder auf dem Git-Repository von omyzsh. Hier oben sieht man das hier auf dieses Repository. Da kannst du dann entsprechend nochmal nachlesen, wie die oder siehst du auch, wie die Themes alle heißen und wie sie aussehen. Ich nutze ein Theme namens Jonathan. So, einmal Steuerung O, Speichern und mit Steuerung X beenden. Dann einmal Exit und dann mit Windows T nochmal neu starten. Und wie man sieht, ist das jetzt das gleiche Theme, was ich hier habe. So, clear. So sieht dann das Theme entsprechend aus. So wie ich das eben auch hier privat nutze. So, Arco Linux Welcome haben wir schon gehabt. Dann gibt es noch diverse Einstellungen zum Thema Bildschirmschoner, Drucker. So die ganzen üblichen Verdächtigen, die man eben immer so hat, wenn man XFCE4 installiert hat. Ebenfalls auch die Firewall Einstellungen, Icon, G-Parted ist mit dabei, der Grub Customizer ist mit drin. So, hier gibt es zum Beispiel Supplime Text. Das ist ziemlich seltsam oder selten, dass Supplime Text schon standardgemäß vorinstalliert ist, da es sich hierbei ja um proprietäre Software handelt. Also Supplime Text ist keine freie, quelloffene Software, wie man das sonst bei Linux gewohnt ist. Hier kann man sogar auch eine Lizenz erwärmen, eine kostenpflichtige Lizenz und so weiter. Und der Grund, warum Supplime Text mit drauf ist, ist ganz einfach, weil Eric Debois einfach ein absoluter Liebhaber von Supplime Text ist. Er arbeitet so gerne mit Supplime Text, dass er das in all seinen Isos einfach mit drin haben möchte. wenn er diese ausprobiert, möchte er nicht Supplime Text immer wieder runterladen müssen, sondern will das gleich mit integriert haben. Ja, jedem so ein bisschen das Seine, dass wer Supplime Text nicht haben möchte, kann das einfach deaktivieren oder deinstallieren und zum Beispiel eine quelloffene Alternative herunterladen, wie zum Beispiel Lime Text. Das wäre jetzt die Alternative zu Supplime Text. Aber es gibt ja noch die Alternative Atom als Entwicklungsumgebung. Dann gibt es noch Git Ahead, also so ein Git Viewer und Melt, das ist zum Vergleichen von Dateien. So, für Grafik, ja, wir haben Inkscape mit drauf, dann haben wir Gimp ist mit dabei, diverse Dokumenten Betrachter und Resetto als Bild Betrachter. So, als in der Rubrik Internet, da ist einmal Vivaldi, Chrome und Firefox, also Chromium, der nicht Chrom Original, sondern Chromium, ist schon vorinstalliert, genauso wie Discord und auch Telegram. Wer das also nutzen möchte, der kann das auch gleich nutzen. Das sind halt so die üblichen Verdächtigen, die dann schon, die oft immer benutzt werden, weshalb die in dieser ISO einfach mit drauf sind. Bei Multimedia ist natürlich der VLC Media Player mit dabei, man hat einen Simple Screen Recorder gleich mit integriert und vieles, vieles mehr. zum Thema System, da haben wir ja gerade schon den Conky Toggle, das ist im Prinzip das Conky Ein- und Ausschalten. Alacrity als Terminal, finde ich auch gut, dass das mit dabei ist, als Terminal Emulator. So, dann ja, dann noch diverse Sachen, die man sonst so auch mit hat, Software hinzufügen und entfernen. Das wäre dann hier einmal PayMac, ja, das ist dann hier und hier sieht man dann auch nochmal die Repositories, die mit dabei sind, zum einen die Arco Linux Repositories, dann die Repositories für Drittanbieter-Software, ja, wie zum Beispiel die Chaotic Mirrorless zum Beispiel, ist ja ein Drittanbieter oder Alacrity-Themes, die dann eben auch Drittanbieter-Anwendungen sind, Snapd, Paro, Bin und so weiter, dann gibt es noch das X-Large Repository, hier sind im Prinzip ja sehr, sehr viele Sachen auch doch drinnen, die Eric schon vorkompiliert hat, wie zum Beispiel auch Visual Studio Code oder auch VMware Workstation, dann Core, Extra, Community und Multilip, das sind die Standard-Arch Repositories und in dem Nemesis Repository sind noch ein paar ja, Icons und so weiter, hinterlegt. Natürlich kommt Arco Linux auch mit eigenen Hintergrundbildern, auch wenn es nicht allzu viel sind, ich hatte anfangs immer das hier benutzt, das ist auch ein sehr, sehr schönes Hintergrundbild, dann haben wir hier auch wieder unser Weltraum, was ich sehr schön finde oder eben hier ein schönes Artwork mit einem Ballon und ja, da kann man natürlich dann auch seine eigenen Hintergrundbilder dann nutzen oder auch die Arch Linux Hintergrundbilder entsprechend noch nachinstallieren. So, das ist im Prinzip die Large ISO, das ist also die Arco Linux L, hier ist quasi sofort startbereit, man installiert es und man kann sofort loslegen wie mit jedem anderen Betriebssystem auch und man braucht im Prinzip auch nichts mehr wirklich machen. Es gibt gar keine Notwendigkeit, jetzt alles irgendwie lernen zu müssen, wenn man einfach nur ein wunderschönes vorkonfiguriertes Arch Linux haben möchte, dann ist Arch Arch Linux mit XFCE4 wirklich perfekt dafür geeignet. So, allerdings gibt es ja noch die Arch Linux B ISO und die will ich mir auch mal anschauen schnell, die will ich euch nochmal, wir werden es nicht nochmal vollständig installieren, aber ich möchte den Unterschied nochmal zeigen. Hier muss man noch dazu sagen, wenn ich auf Downloads gehe und die Arch Linux B herunterladen möchte, gehen wir mal drauf, hier sind wir jetzt auf Sourceforge, dann wird ganz klar die XFCE Version als erstes angeboten, das macht dann wahrscheinlich auch Sinn, man kann aber auch eine andere Live-Umgebung herunterladen, wie zum Beispiel Arch Linux B mit BSP-WM als Beispiel und das bedeutet, dass dann die Live-ISO selber direkt schon mit BSP-WM daherkommt. Dennoch kann ich mir aber dann einen Desktop installieren, also ich muss dann nicht BSP-WM generell nutzen, aber zum Ausprobieren, wenn ich wirklich einfach nur Live-ISO mal ausprobieren möchte, ohne sie gleich installieren zu müssen, dann ist Arch Linux B wirklich eine ziemlich gute Alternative, denn dann kann ich sagen, okay, ich möchte gerne mal Herbst-Luft-WM testen, wie das so ist, wie sich das anfühlt, dann lade ich mir einfach diese ISO runter und starte direkt in Herbst-Luft-WM und das gibt es viel zu selten, dass man auch diese gewünschte Desktop-Umgebung oder auch den gewünschten Window-Manager gleich in der Live-ISO mal testen kann. So, ich habe die XFCE-Version bereits heruntergeladen und die starten wir jetzt auch. Einmal starten, mal gucken, ob das funktioniert. So, dann habe ich hier Arch Linux B XFCE-Install, nehme ich gleich das erste. So, in die BR-ISO gestartet, werden mir hier quasi dieselben Anwendungen soweit angezeigt. Tatsächlich eher noch ein bisschen weniger. Hier habe ich jetzt bei Internet nur den Firefox und im Prinzip mehr auch nicht. Das ist wirklich eine absolute Minimal-Live-ISO ohne Anwendung. Die ist wirklich hauptsächlich dann zum Installieren gedacht. So, und wie wir hier sehen, der Calamares-Installer, der zeigt jetzt hier schon eine ganze Menge an und das wollen wir mal fix durchgehen. So, ich mache mal hier ein bisschen Vollbild. So, erst mal auf Deutsch und das kommt quasi auf euch zu. Hier geht es nämlich dann schon los. Der normale Linux-Kernel wird bei Standard sowieso installiert, ob ich den jetzt hier auswähle oder nicht. Ich kann aber zum Beispiel hier auch den LTS-Kernel einfach installieren oder den Hardened-Kernel, was ja ein Sicherheits-Kernel ist, Senn und natürlich die U-Codes für AMD und Intel einfach mit nachinstallieren. Ich lasse das jetzt einfach mal weg. Dann kommen wir hier zu den Treibern, die Treiber-Section. Da kann ich dann wirklich alles auswählen, was ich habe und was ich brauche. Zum Beispiel, wenn du Nvidia-Grafikkarte hast, dann kannst du hier die Nouveau-Treiber auswählen, dann eine ATI-Grafikkarte mit hier mit ATI und so weiter und so fort. Also hier wird alles Mögliche angeboten, was man an Videotreibern so braucht. Der Login-Manager. Hier kannst du dir aussuchen, ob du SDDM, LiteDM und so weiter haben möchtest. Ja, hier steht auch nochmal beschrieben, das wird standardgemäß dann installiert, wenn du nichts auswählst und den solltest du auch auswählen, wenn du wirklich mehr Themes haben möchtest. Wenn man hier mal ausklappt, dann sieht man auch die verschiedenen Themes entsprechend, die dann mit nachinstalliert werden. Du kannst aber SDDM auch ohne die ganzen Themes mit herunterladen, wenn du zum Beispiel dein eigenes Theme nutzt. LiteDM kommt dann ebenfalls mit diversen Greetern daher, wenn du schon weißt, dass du nur den LiteDM Slick Greeter haben möchtest, dann kannst du LiteDM und LiteDM Slick Greeter einfach auswählen, sodass du nicht alles nachinstallieren musst, denn das nimmt natürlich auch alles eine Menge Platz weg. GDM ist klar mit LXDM und auch LY. Dann geht es weiter mit den Desktops und hier wird es jetzt spannend, denn hier kannst du jetzt entsprechend deine Desktop-Umgebung oder deinen Fenstermanager entsprechend auswählen. Hier habe ich zum Beispiel BSPWM, das ist ja das, was ich selber nutze, und da ist im Prinzip all das wird dann mit installiert, Pycom, Polybar ist dann mit installiert, Tuner und so weiter, XFCE4, X-Tile, Git, dann diverse Themes werden halt alle durchweg mit installiert, Wallpapers und so weiter und so kann ich mir dann hier auch gleich mehrere Sachen mit nachinstallieren, wenn ich jetzt also sage, ich möchte BSPWM, aber ich finde auch DWM ganz cool und will ich zwischendurch mal nutzen und als Desktop-Umgebung will ich auch mal den Mate-Desktop zwischendurch haben, ja, dann kann ich auch mehrere auswählen und dann wird alles auch mehrfach installiert. Ist wirklich sehr, sehr toll. Ganz neu, wie gesagt, hinzugekommen ist ja Yokui, ja, der Ubuntu Kilen User, das Ubuntu Kilen User Interface, auch schön gestylt jetzt im Arco Linux Stil und auch Wunderland WM der Land wird aber tatsächlich Wunderland ausgesprochen und ja, auch das ein sehr, sehr neuer Window Manager auf dem Markt, muss ich mal gucken, ob ich den mal demnächst irgendwann vorstelle oder ob ich mal überhaupt eine Serie mache, wo ich wirklich jede einzelne Desktop-Umgebung und jede einzelne Fenstermanager einfach mal durchgehe und ausprobiere. So, dann die nächste sind die Arco Linux Tools, die ich dann hier nachinstallieren kann. Hier ist im Prinzip schon alles aufgeklappt, aber im Prinzip geht es dann hier um die Meta-Packages, die Fonts und so weiter. Hier gibt es nämlich auch für Steam Nvidia, Steam Intel und so weiter. Also hier hat sich Eric Dubois eine Menge Mühe gegeben, da das Ganze wirklich so extrem zu integrieren in sein System, auch für Teamviewer zum Beispiel. Dann gibt es das komplette Theming, das wäre dann hier das Arc, die Arc Themes. Und das Schöne ist, selbst wenn du ein nackiges, frisches Arch installiert hast, kannst du einfach die Repositories von Eric Dubois einfach integrieren in dein Arch Linux und dann kannst du dir das alles, die gesamten Arc Linux Tools und Themes alle auch auf dein Arch einfach nachinstallieren oder wenn du Manjaro hast oder Endeavor OS einfach drauf installieren und dann kannst du aus deinem Manjaro ein Arc Linux machen. So, jetzt kommen wir zu den Programmen und zur Software, da gibt es dann halt die Kommunikationssoftware, also sprich, hier haben wir Jitsimit, haben wir Telegram, was ja oft schon vorinstalliert ist, aber eben auch proprietäre Software wie Teams und Discord. Ja, dann Element Desktop kannst du hier mit auswählen, das ist auf jeden Fall wichtig, um in den so ein Typ im Internet Matrix Space zu gelangen, dazu ist dann Element Desktop auf jeden Fall notwendig. Und hier gibt es dann noch den Arc Linux Team Viewer, das ist eine modifizierte Variante vom regulären Team Viewer und auch Reminar und Tiger VNC. So, dann einmal weiter, dann gibt es ja die diverse Entwicklungsumgebungen wie zum Beispiel Emacs, was man installieren kann oder Atom. Atom konnte ich mich nie mit anfreunden, ich weiß auch nicht, das stürzt bei mir irgendwie immer ab, aber egal. Dann auch Melt, das ist halt zum Vergleichen von Dateien, Notepad QQ, das ist die Linux-Alternative zu dem Windows-Pondon von Notepad Plus Plus, was eine sehr, sehr beliebte Entwicklungsumgebung ist und eben auch Sublime Text oder Visual Studio Code. So, hier kommen wir zu den Office-Bibliotheken, dann kann man diverse Office-Sachen installieren, wie zum Beispiel auch Ghostwriter, Gnumeric, dann das alte Gnu-Excel, sage ich mal. So, dann gibt es noch LibreOffice-Stil, und Fresh, hier kommt immer die Frage, welches soll ich installieren? Ja, das Fresh ist quasi immer das Neueste, die Neueste, Neueste Software und das Still ist sozusagen der Stable Branch, also die LTS-Version von LibreOffice. Wenn du also immer die Neuesten Funktionen haben möchtest, dann installierst du dir Fresh, wenn du aber eher auf Stabilität und Funktionalität setzt, dann installierst du am besten Still. Kannst aber auch Office Online als Nativ-Applikation installieren und als Scribus oder WPS Office. dann weiter. Je nachdem, wo du herkommst und was du auch machen möchtest, benötigst du wahrscheinlich den einen oder anderen Font. Ich kann dir empfehlen, auf jeden Fall die Nerd-Fonts SoSquad Pro zu verwenden und auch zum Beispiel Anonymous. Alle Fonts zu installieren, halte ich für nicht für zielführend, denn wenn man jetzt die Awesome Fonts installiert und zusätzlich halt sämtliche Nerd-Fonts, dann kann es auch zu Überschneidungen kommen und das bedeutet, dass manchmal die eigentlichen Symbole oder Icons nicht mehr richtig angezeichnet werden. Das heißt, man möchte das eine Icon eigentlich angezeigt haben, es wird aber irgendwie ein anderes angezeigt. Muss man also ein bisschen gucken, dass man nicht einfach alles installiert. So, Audio-Software wird dann haufenweise Audio-Software-Vergleich dann mitgeliefert. Einmal Rhythmbox als normaler Musikplayer oder Cava, dann natürlich Spotify ist mit dabei und Ador als DAW, also als Digital Audio Workstation. Audacity ist mit dabei im Letz und zwar die Version von Audacity, die hier mit dabei ist, ist die, die bevor Audacity angefangen hat, Telemetriedaten zu sammeln und als Video-Software ist dann mit dabei der VLC-Player hier unten. Kurioserweise wird Spotify hier ebenfalls als Video-Software mit angegeben, was ich witzig finde, aber MPC und MPD beziehungsweise MPV kann ich sehr empfehlen, das sind wirklich sehr, sehr schlanke auch Kommandozeilen Layer. CadenLive als Video-Schnitt-Software ist ebenfalls mit dabei und OBS-Studio, das braucht der auch der ein oder andere. So, dann kommen wir in die Browser-Section, da kann man dann sich aussuchen, was für einen Browser man haben will, von Firefox über diverse Modifikationen von Firefox, aber eben auch Brave, Chromium, Opera und so weiter und die kommen dann eben alle auch zum Teil aus dem AUR direkt. So, noch ein paar Downloader, wenn das noch so ein Ding ist, Kubitron-Transmission, das habe ich immer gerne noch, weil ich dann gerne auch Torrents herunterlade, zum Beispiel die ganzen Isos, die ich hier zur Vorstellung von Betriebssystemen lade, die lade ich mir hauptsächlich über Torrents runter, insofern das möglich ist, weil so die Spiegel-Server entlastet werden von den Entwicklern. Ja, Cloud-Software und Mail-Clients sind dann auch noch mit dabei, wie Thunderbird oder Geary. Schade, dass diese Liste halt nur so klein ist, weil ich finde, Mail-Clients werden einfach viel zu sehr vernachlässigt. So, dann kommen wir zu diversen Themes, also hier kann man sich dann wirklich austoben, was man haben möchte, einfach alles anklicken, auch was die Icons betrifft und Cursor und die Sardi-Icons und noch irgendwelche zusätzlichen Abhängigkeiten, so dass man wirklich seinen Desktop so anpassen kann, wie man das gerne hätte. Zum Thema Grafik, da ist dann halt GIMP mit dabei, Blender, wenn man das dann braucht, Krita oder auch Darktable für das Bearbeiten von Fotos, was sehr, sehr schön ist. dann Spiele, da kann man dann ein paar Open-Source-Spiele sich herunterladen, die man halt so erkennt, wie zum Beispiel SuperTux oder SuperTux Card, aber auch FreeCif oder einfach nur Schach. Dann gibt es noch diverse Game-Utilities, wie zum Beispiel Proton ist mit dabei oder PlayOnLinux, Lutris und auch Steam. Hier musst du nur aufpassen, dass du dann das richtige Steam herunterlädst, gerade hier bei Steam, bei den Metadaten, je nachdem, welche Grafikkarte du nutzt. Terminals gibt es wie Sand am Meer. Hier kannst du dann den installieren, den du so am liebsten magst, mit dem du am besten klarkommst. Dazu empfehle ich dann auch, gerade wenn du ZSH verwendest, entweder die Power Level 10K und auch das Powerline-Theme-Git mit herunterzuladen, sodass du deine ZSH-Shell nochmal so richtig pimpen kannst und dass das so richtig geil aussieht. Dateimanager gibt es ebenfalls eine ganze Menge. MC ist der Midnight Commander, das ist der, der an den alten Norden-Commander erinnert, von früher noch zu DOS-Zeiten, ja, dafür die Nostalgiker. Dann Nautilus Nemo und so weiter sind auch sehr, sehr gute Dateimanager, die man, ich glaube, von Cinnamon-Desktop kennt, Cinnamon von Nemo. Und Ranger ist ebenfalls ein Terminal-File-Manager, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Diverse USB-Utilities gibt es, das sind im Prinzip alles das, wo man diverse Sachen auf USB entsprechend brennen kann, wie zum Beispiel Etcher oder auch Ventoy, das ist, wenn ich dann immer mal verschiedene Isos einfach mit mir herumtragen möchte, um mal zwischendurch schnell in ein Linux-Betriebssystem herein zu booten. Brasero und XF Burn sind Brennprogramme, ich glaube, das ist heutzutage kaum noch ein Ding. HP-Lip, wenn du einen HP-Drucker hast, dann auf jeden Fall die HP-Lip-Treiber mit installieren, dann funktioniert dein HP-Drucker out of the box. Und hier noch ein paar Sachen für Accessibility. So, hier kommen dann noch diverse Utilities, die dann ziemlich speziell nachher sind. Grub mit Timeshift, GrubButterFS mit Timeshift oder Snapper mit Timeshift, da musst du dann gucken, was du lieber magst, ob du deine Datensicherung oder ob du deine Snapshots lieber mit Snapper oder mit Timeshift haben möchtest. Das kannst, ich empfehle dir natürlich nicht beides zu installieren, sondern wenn, dann entweder oder. So, dann hast du hier noch eine Android-Umgebung, eine iOS-Umgebung, Benchmarking-Tools und so weiter und diverse Installer und Launcher, wie zum Beispiel Paru kannst du dann hier gleich mit installieren, Flatpak kannst du installieren und App-Image-Launcher, da kann ich auf jeden Fall schon empfehlen, diese mit zu installieren. Ja, je nachdem, ob du ein System76-Laptop hast, also das sind diese Rechner von den Machern von PopOS, da gibt es das Power-Management direkt von den Entwicklern dort. Und hier gibt es noch diverse Utilities für deine Hardware zum Herausfinden von Informationen, wie zum Beispiel CPU-Fetch, Hardtop kennt man ja dann auch und Speedtest. Zu guter Letzt gibt es dann noch diverse weitere Anwendungen, die man noch so gebrauchen kann, wie zum Beispiel Zubehörer, wie zum Beispiel Flameshot. Das ist ein Tool zum Erstellen von Screenshots, also von Bildschirmaufnahmen. Dann, wenn du mit Git arbeitest, dann magst du vielleicht Git Kraken oder Git Ahead und noch diverse Passwortmanager, die ich dir wärmstens empfehlen kann und natürlich noch Browser und Virtualbox oder VMware, je nachdem, ob du hier noch diverse Kerne entsprechend brauchst. Wenn du eher in der Entwicklungsschiene unterwegs bist, da hat Eric Debois eine eigene Kategorie nochmal für sich im Prinzip geschaffen. Das nennt sich dann hier im Prinzip Arco Linux Dev, weil hier sind dann seine Lieblingsprogramme einfach ganz fix nochmal aufgelistet. So kann er das meiste einfach überspringen, klickt einfach nur hier auf Dev und installiert alles das, was er halt für sich braucht. Hier steht auch Software für Arco Linux Developer und Beta-Testers. Das sind halt die, die du immer mal wieder brauchst, wenn du das Ganze Beta testest oder mitentwickelst. Dann kommt so der Standard, also die Regionalisierung, Tastatur, Partitionierung und dann die Installation. Und somit hast du dann ein für dich komplett fertig zusammengeklicktes System mit den Tools und Anwendungen, die du so brauchst. Also was gibt es abschließend zu Arco Linux zu sagen? Für wen ist Arco Linux überhaupt zu empfehlen? Ganz klar für alle. Entweder für denjenigen, der einfach ein tolles, funktionierendes und gut aussehendes Betriebssystem braucht, welches einfach zu bedienen ist und eben auf Arco basiert oder auch für diejenigen, die wirklich Arco Profis werden wollen, die sich immer weiter und tiefer mit der Materie Arco beschäftigen wollen und genau wissen wollen, wie das System Arco funktioniert, ohne immer wieder bei Null anfangen zu müssen. Da macht sich auf jeden Fall Arco Linux sehr, sehr gut, da man hier wirklich tolle Tools an die Hand kriegt, um das gesamte Betriebssystem zu verstehen. Allerdings solltest du natürlich Englisch können, denn die gesamte Dokumentation inklusive der Videos und natürlich auch die Arco Linux University ist komplett auf Englisch. Ich nutze Arco Linux selber auch sehr, sehr gerne. Mir macht das einen Riesenspaß, dieses Betriebssystem. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. ein Typ im Internet. Aber auch ein Typ im Internet. Der Provider outros Hier sind Loch